Verdammt, ich verhungere. Immerhin kriegen wir keine Bärenprobleme. Vertraut dem Makler, dieses Smith & Wiley Schloss hat Goldstandard. Ja, ich hol alles. Jay, warte. Wenn du einem Bären begegnest, dann vergiss nicht. Blende ihn mit der Handy-Taschenlampe und leg dich unterwürfig auf den Boden. Das mach ich nicht. Wenn mir ein Bär über den Weg läuft, sollte er abhauen. Es ist dunkler als... Aaaaaah! Was hattet ihr von folgendem Vorschlag? Wir schließen uns zu einem einzigen großen Mann zusammen und holen das Essen. Das funktioniert niemals. Also rücken... Schön ruhig, ja? Wir sind ein gewaltiger Mann, der durch den Wald spaziert. Auseinander! Woher wissen wir, dass das nicht der Bär ist? Ich bin's! Na schön, das Bett ruft und das Zuhälter-Bergoutfit ist warm. Lasst uns schlafen gehen. Gute Nacht. Ich bin's!